hallo und herzlich willkommen ich bin IPNX und ich spiel Overwatch. Ja und wir zocken jetzt mal eine Runde mit Reinhardt in der Verteidigung. Ich bin dann mal gespannt. Eine meiner ersten Runden mit Reinhardt. Und auch eine meiner ersten Runden auf dieser Map überhaupt. Gebrallter. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das hier schon gezockt habe. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Angreifer. Weg da. Schild ist weg. Oh fuck man. Aber solange sie da drinnen hängen, können sie auch nichts gewinnen. Ging es hier raus? Ich habe echt Probleme hier mit den Ausgängen. Ey, da, da laufen welche. Da oben. Ja, da, da, da. Nein, ich habe sie aber getroffen, Mann. Scheiße. Mann. Boah, das hat sie aber fast gekillt, ey. Meine Damen und Herren, starten Sie Ihre Motoren. Sie fehlt die Vorstellungskraft. Wo sind die denn alle? Das hat sie aber. Oh. 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 ich fühle mich wie neu geboren ja scheiße weiss nur nicht wo meine leute sind schon viel besser es ist Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Vorsicht! Klar schützen! Widowmaker hier. Ja, bisher läuft es gut. Also muss ich echt sagen. Boah, habe ich sie. Stück Scheiße ey. Oh fuck. Da war jemand anders da. Oh Widowmaker. Fuck. Die Sache ist noch nicht gegessen. Der Freak da im Hintergrund. Scheint die Sau rauszulassen. Die Watt war die Jettwolle erreicht. Ein Schaft. Eine Sorgepreise. Ich bin euer Schädig. Ich bin euer Schaft. Boah, ist das knapp. Boah, ich brauche Energie, ey. Holy shit, ey. Oh fuck, da hat der mich doch noch gekriegt, man. Ah, das gibt's ja nicht. Der hat wirklich gewartet, bis ich mein Schild aushabe. Du Scheiße. Da hat der mich runtergekickt. Oh Gott, ey. Boah, übel. Und das haben wir ganz fies, übelst krass Scheiße verloren. Aber muss es auch mal geben? Highlight des Spiels. Yeah, ich bin das Highlight. Ich glaub, dann werd ich das doch hochladen. Auch wenn wir es verloren haben. Weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es war gar nicht schlecht. Oh, komm, episch. Ach, ihr seid doch Arschlöcher. Komm, ein noch. Arschgeigen. Solche dreckigen Arschgeigen. Ja, ich sag mal, das war's von mir. Und wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.